Im Vergnügungspark Belantis bei Leipzig steht die neuste und spektakulärste Achterbahn Deutschlands. Ab Ende Juni ist die Bahn endlich auch für Publikum geöffnet. Echt durfte exklusiv schon mal vorab mitfahren und so sieht das Ganze aus, wenn man im Waggon sitzt. Ab Ende Juni Ab Ende Juni Ab Ende Juni Ab Ende Juni